Musik Du hast niemanden geschockt, du hast Kikeriki gemacht. Wir nennen das Hinweis aus der Bevölkerung. Du bist Eier. Also bitte bleib bei den Hühnchen. Was hast du denn da, Nobby? Ich muss zur Grenze. Nicht schlecht, Kumpel. Passt ein Bruder an. Meiers Eier. Unser Pulli. So eine Frechheit. Das wird wohl wüsten müssen. Was, Zuckerpuppe? Was, Zuckerpuppe? Was, Zuckerpuppe? Was, Zuckerpuppe? Get your skis shined up. Grab a stick of Juicy Fruit. The taste is gonna move ya. Take a sniff. Pull it out. The taste is gonna move ya when you pop it in your mouth. Juicy Fruit is gonna move ya. New Juicy Fruit, sugar free. Sweet. Als ein Junge. I am free. Das Testergebnis ist unerwartet. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin. Der Mann-Syndrom. Das heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Und die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Du hast nicht mal drüber nachgedacht. Dann sag's mir doch ins Gesicht. Sag mir einfach, dass du unser Kind nicht willst. Noch? Noch ist das überhaupt kein Kind. Hau einfach ab. Das bestimmt die Lösung. Das bestimmt die Mama. Untertitelung des ZDF, 2020